hey und willkommen zu einer neuen folge minecraft let's quest ja ich weiß ich habe in der letzten folge gesagt dass wir dieses mal endlich mit mpcs anfangen aber ich dachte machen wir zuerst mal hier unsere super filtanlage fertig ja es sind hier unten jetzt noch fünf felder übrig ich weiß noch nicht genau wie wir die pflanzen und besonders wo wir da die wege nach unten machen erst mal hier das blöde inventar aufräumen also so was es wird auch langsam halt das könnten wir noch brauchen brauchen wir noch heute war muss nachher so es waren aber nicht nur kartoffeln und hier ja man wird doch im feld gar keine angebaut herrn okay wie sind wir schon mal was wir hier unten anbauen können wo bauen wir weg nach unten war die musik passt gerade so ist überhaupt nicht so gut geht es hier nach unten der rechner will heute mal wieder nicht so richtig mitmachen merke ich gerade so 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 ich weiß nicht auch wer es merkt aber heute ist sind die frames mal wieder ganz beschissen so beschissen sind sie sogar so 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 und wenn jetzt noch die kleinen holzbrücken und ich muss mir nochmal gucken so 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 okay dann würde ich sagen fangen wir hier mit einem großen immersionfeld an so 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 So, Ich würde sagen, noch ein Mörschenfeld hierher. Es läuft heute auf jeden Fall nicht so flüssig. Ich muss mal kurz in die Eruption. Es kotzt mich hier gerade an. So. Ach, sie darf ja beschissen. Oh, so. Sehr viel flüssiger läuft das auch irgendwie nicht. So. Hm. So. 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 Oh, da hinten habe ich immer zu viel sehe ich gerade. so gut was machen wir nur noch die anderen zwei das da ist endlich größer kartoffeln also jetzt ein kartoffelfeld ist ja so die hauptbasis von allen möglichen nahrungen da kann ich das brot mal das läuft ja mal richtig kacke hier wieder warum bubbelt das so extrem so gut dann hier zur weizen das war der alarm dafür dass diese folge gerade wieder vorbei ist und so die sachen können wir auch beim nächsten mal machen das war es schon wieder vom minecraft let's quest schön wäre es wenn ihr mir ein däumchen geben könntet nach oben also wenn euch das video gefallen hat aber nicht dann halt einen daumen nach unten aber ich mag die daumen nach oben richtig cool wäre auch noch wenn ihr so freundlich wert und noch mehr videos auf meinen kanal anguckt wie zum beispiel eins meiner tutorials die jetzt oben links sehen könnt auch verlinkt und oben rechts könnt ihr jetzt auch noch meine keyboard let's play sehen und sind auch die feile für die vorhergehenden und nachhergehenden folgen von minecraft let's quest ich hoffe es hat euch gefallen tschüss bis zum nächsten mal du